Hey Freunde, es ist wieder euer Thema Boe und Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hi on Life. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Patrick, was hast du zu sagen? Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Du denkst also, die Aliens haben uns unsere Gedanken genommen, damit wir denken, damit sie denken, damit sie wir denken, damit wir denken. Okay, gib mir deinen Einsatz bitte. Aliens jagen, aliens jagen! Genau, wir gehen nämlich heute wieder aliens jagen und schauen mal weiter, was hier so vorgeht. In der letzten Folge haben wir Preacher gefunden. Da ist er. Und er ist eigentlich... Und er ist eigentlich nur in der Leisen, der kann türen öffnen. So, man schauen. So, den da. Abgeschossen. Weg mit dem. Granate! Headshot geschoben. Ja, ja, ich will jetzt zuerst da die Drohnen snipen, damit ich da Ruhe von diesen Dingen habe. Da steht noch einer. Snipe! Ja, das wäre sehr schön. Oh, was ist das? Oh Gott, Probleme, Probleme, Probleme. Elite-Truppe übernehmen. Greike, kämpfe für uns, Elite-Truppe. Wir haben die Elite-Truppe. Perfekt! Weg mit dem. Weg mit dem. So, komm schon. Ich will auch, wie vorletzt erst bei Brissett-Shield. Und dann nachladen. So, äh, mich nimmt zuerst unter, was ist in diesem Gebäude hier drin? Es wird noch mehr auf mich geschossen, meine Güte. Komm schon, verpiss dich einfach. Danke dir. So, mal schauen. So, bei der Wisht. Kurz Schild auffüllen. Schauen wir mal hier vorbei. Okay, da kann man gar nicht rein. Ist hier was Spannendes? Ja, da sind Menschen drin. Müssen wir zuerst alle Gegner besiegen? Das ist wahrscheinlich. Ah, okay, wir haben alle besiegt. Kann ich jetzt hier rein? Ah, ja, kann ich. Okay, die haben hier wieder komische Menschen-Experimente. Die haben hier einen zu Tode geschaut, was. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen. Äh, ich will schicken den weg. Oh mein Gott, ich will schicken den weg. Oh mein Gott, ich will schicken den weg. Hey, ihr seid ihr okay in da? Hey, sie wollen uns bangern, aber sie, äh, sie war mein Boss. Ja, ich war supposed to fire her und dann haben wir alle abduktet von Aliens. Huh. Anyway, ja, wir sind nicht attraktiviert von uns. Ich meine, sie ist cool, aber nicht mein Typ. Und sie ist mein Typ, aber sie ist nicht cool. Ich bin all over das. Willkommen dann. Be free, no humans, be free! So, die Dinger, oh mein Gott, ey, was passiert hier in diesen Laboren? Ich will, ich will einfach kurz diese, ich will einfach diese Labore räumen und gehen, ey. Das ist so verstörend hier drin, was. Oh mein Gott, ich muss es tanzieren. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was ich gucke. Ich meine, ich konnte, dass ich nach einem Zeitpunkt weggekommen bin. Ähm, ehrlich gesagt, jetzt liebe ich es, doch. Ich bin nicht sicher, warum sie mich so weit weggekommen wollen, aber ich bin froh, dass ich es tun kann. Wie alle Tentaklen und die Bewegungspiele, es ist, ich weiß nicht, es ist etwas, dass es wirklich entdeckend ist. Ja, ich mag es eigentlich sehr. Ich meine, wenn ich hier rauskomme, dann hoffe ich, dass ich das mit mir bringen kann. Ich meine, ich meine, ich glaube nicht, dass ich das normalerweise zurückgekommen könnte. Oh mein Gott, ich muss zensieren. Es heißt, wieder mal zensieren. Und zwar hier sehr viel zensieren. Oh mein Gott, ey, was ist mit diesen Laboren los? So, Queecher, öffne bitte die Tür. Ich muss aus diesem Raum raus, bevor ich hier einen Strike kassiere. Irgendein komischen Ding. Wieso ist das Ding immer noch nicht offen? Haben wir hier, ah, da muss ich noch einen reinwerfen. So, der Renter kommt hier raus und öffnet uns die Tür. Perfekt, wir gehen, wir gehen einfach. Okay, beide tot. Kinder Lieferungen. So, ich glaube, wir haben alle erwischt. Was haben wir sonst noch? Hier ist ein Aufgang. Hier ist eine Kantine. Hier steht jemand. Guten Tag. Okay. Okay, eine Scheibenblase für... Ding, sehr gut. Was haben wir hier? Oh mein Gott. Lamaze werfen, wo diese Augen... Augen... Augmentation hilft die Queecher etwas auflockern. Mit einem voll aufgeladenen Schuss kann er bis zu drei seiner kleinen Jungs auf einmal abfeuern. Oh mein Gott, das wäre eine Modifikation. Aber, oh mein Gott, ich sollte zuerst immer die... Ich sollte die Dinger besser lesen. Die Beschreibungen der Mods. Weil ich bin jetzt wieder mal zu arm. Und Kisten sehen nicht so aus, als wären hier gerade welche in der Nähe. Warum haben wir gerade wieder Geld verloren? Also, Abgrance verloren. Äh, das muss ich... So, dein Kreature. Dann komme ich das Video durchsenden. Komm her! Oh, sorry. Wir können dich nicht missen, wenn du liebst. Oh, Jesus Christ. Warum hast du mich nicht folgt? Oh, he really doesn't want us following him. Maybe we should just go grab lunch instead. Oh, für was ist denn das? Ah, das haben wir schon... Ah, das war für die Tür. Oh Gott. Wo? Kleiner Drecksack von hinten, der mich hops nehmen will, aber ich bin zu smart. So, äh, Kisten haben wir hier nicht in der Nähe, Menschen sind gerettet. Sehr gut, dann... Oh, ne, 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 nicht da runterspringen. Wir wollen da drüben rein. Und da drüben rein. Mal reinschauen. Guten Tag. Was it running? Yes, you were. Whatever, fuck you. Boss Kampf? Angel, Angelus Scrandell. You are mine. Don't talk about us here anyway. Willst du alles aus den Bienenstöcken holen? Oh, Gott. Komm schon, Ketten-Säge. Oh mein Gott, wie viele sind es? Ich bin so tot. Oh Gott, die anderen sind auch tot. Gott sei Dank. Boah, war das gerade kritisch. Oh Gott. Ich glaube nicht mehr, dass er lebt. Oder hat er das überlebt? Ich weiß es nicht. Wow, das war kreativ. Das ist ein tolles Werk. Ja gut. Nice Werk. Ich bin fast draufgegangen, aber... Brunsch. Fast draufgegangen, aber ja. Er war ein Riesen-Mixel. Äh, genau. Ein Mixel. Ein Mixel. Nee, ein Mixer. Kein Mixel. Ein Mixer. So, dann fliegen wir hier kurz hoch. Holen uns die Kiste. Perfekt. 100 Pesos. Wie öffnen wir das? Haben wir hier irgendwo ein offenes Fenster vielleicht? Vielleicht da? Nee. Hier oben im Loch? Nee. Wo kann man da rein? Vor allem wie? Wir müssen vor allem da rein, für das umstellen zu können. Aber wie? Ah! Einfach wieder mal zu blind. Ja, das glaube ich auch. So, wo wollen wir hin? Wir wollen darüber auf diese Plattform. Also, dann richten wir mal aus. Äh. Ein bisschen drehen. Nochmals drehen. Drehen wir noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen zu fest. So sollte das klappen. Wünscht mir Glück. Ah. Da hin. Komm schon. Oh. Nein, wie? Oh mein Gott, war das knapp. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, aber... Okay, wir kämpfen nochmals gegen ihn. Mona's könnte. Ah nein, das sind alle drei immer wieder. Oh mein Gott, das macht er. Oh Gott, ich soll nicht zu nahe hin. Nein. Gramein. Okay. I think you're looking like you're looking like you're looking like you're looking like you're... Are you at all? Oh Gott. Oh Gott. Gramein. Oh, you beat me, you son of a bitch. Oh, big whooptydew, huh? Oh, who gets this shit? Fuck you. Gramein. Gramein. Yes. Yes! Brothron! Okay, pass weiter! Oh mein Gott! Okay, sie weiss jetzt wie soll ich diese Bienenneste brauchen. Öffnet die Bienennester! Sie sind nicht immer noch so ein Nest. Was zum? Wir haben sie getrennt. Aber ich bin verkehrt. Oh mein Gott ey, was ist denn das für ein Brauskampf? Ich brauche auf jeden Fall einen Bienenstock und dann muss ich hier so in dieser Recke bleiben am besten. Weil die Druckwellen sind ziemlich krass. Und dann kann ich genau das ausweichen. Ich brauche mich trotzdem etwas, was ich zu sch Kiddessen werde. Ich brauche mich ein paar Jefangen und dann muss ich dich übernehmen. Ich brauche mich ein paar Jaunehmen, was ich bedroht das für euch. Ich brauche mich orte zu dir. Ich brauche mich ein bisschen zu viel. Ich brauche mich und das keine Ahnung. ok wir brauchen doch glaube ich alle Waffen am besten alle haben ihre Vorurteile getrennt ja moin sie hat mich gesnipet gibt es einen Chuckpoint wenn einer stirbt? ja gibt es ok zu glück ah ne doch nicht wir sind von vorne oh mein Gott ja habe ich auch gemerkt tot oh mein Gott das ist extremst schwierig das ist extremst schwierig ich muss mehr mit dieses Antennenvieh brauchen ja wir sehen uns gleich wieder wenn ich gleich weit bin wie vorher wenn ich einen tot habe ok wir haben einen wir haben einen nachladen schilder auffüllen fliegen oh Gott oh Gott oh Gott schildern schildern oh ich sehe mich über die schilder hey skrandles was die name of that scary medical device you to drill into my skull und peel apart all my brain matter ah shit sie haben sich wieder kombiniert nicht gut ah sie machen wieder ihre scheißtornautos getrennt brah mein bram sie tot sind sie tot sind sie wie haben sie oh mein gott gebt mir meine belobigung wie haben sie hat ein bisschen gedauert aber von allen drei das war ein schwerer Kampf wieso kann man schauen so und der noch wie wieso ich wieso ich wieso 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 Wir haben es geschafft, wir haben die Skrändel-Brüder erledigt und wieder ein Kopfgeld geschnappt. Gehen wir zurück und schauen mal, wenn wir als falsche Waffe, was wir als nächstes für ein Kopfgeld haben. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ah, gut zu wissen. So. Okay, wir sind wieder frei. Kann ich sonst noch was da? Okay, ihr seid einfach komisch, Reddreamer festgenommen. Gehen wir zurück und schauen mal, was sonst noch so abgehen wird, wenn wir als nächstes jagen. So, mal hoffen, dass Gene nicht irgendetwas komisches sagt, das ich zensieren muss. Aber wir werden es sehen. Ey, aber dieser Bosskampf war ziemlich komplex und ziemlich hart. Gut, aber wir haben es. Aber irgendwie hat es... Aber irgendwie hat es... Ah. Ja. 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 Wie viel verdienen wir? 2.000. Sehr nice. Die Skrändel-Brüder abgegeben. Abgegeben. Ja. 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 W tuition. Ja. 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 ublika. Torsten Sie? Tief 본issen Castle. Sie wissen, wie erhält sehrόσpoken Humer? Obviously적으로 At aire infringiertes. You really gotta take my nephew instead. His holes are more your speed. Shut the hell up, Gene. I am sick of your shit. All you do is sit on our couch and mope about how sad your life is. You're a leech trying to eat all of our friendalos and use the only family I have left to relive your glory days. Hey, your family's doing a great job. You know how hard it is to kill that many high-level bounties in such a short amount of time? I mean, it's not as fast as I could have done it, but... I know they're doing a great job and I'm proud of them. But I'm stuck here dealing with you all the time. And you're fucking pathetic. Tell him how it's... I'm for Gene. Come on, don't make it sound so sad. Look, I admit I wasn't in a good place when you found me, but I feel like I'm part of your family now. I'm basically your dad now. You too, Lizzie. Come on, Lizzie. Come on, Lizzie. I'm just worried about you getting this weird freak who just wants to steal my couch away from me. Can I just get? You can call it your couch when you start paying rent. Until then, no complaining about who lives here. Lives here? He's gonna live here? I mean, if you think we're ready, Twig. Oh, yeah, sure. Hey, shut up, Twig. This isn't about you. Why? Because you're worried you'll have to share a cushion? No! Because I... Because I'm concerned. You barely know this guy. And it's dangerous out there for humans. Oh, that's rich and condescending. I am not an idiot. I know what I'm doing. You're cool with Twig moving in, right? Fine. Ah, I have the decision. Twig, you can stay. Like I needed your approval anyway. This is a mistake. Oh, that's enough of this. Twig, let's go to the park. To... To kiss? Yeah. Anybody got a fucking problem with that? Sorry, I said anything. Let's just get back to the bounty hunting. Can't wait to show you those new commercials. What are they doing there? I don't think they're going in the park. I don't know what they're doing here. I don't think they're going in the park. I don't think they're going in the park, but... Ich bin verwirrt und verwirrt. Aber auf jeden Fall hatte ich gesagt, das Einzige, was ich jetzt noch weiss, ist ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und schau gerne bei meinen anderen Projekten vorbei, bei Modern Warfare 2 und auch bei Faith and Holy Trinity und auch, oh, Jin schaut einmal nicht Fernseher, ein Wunder. Und auch bei was war noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hier wieder ins Chaos stürzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.